Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Skeletteunfalls am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in der Innenstadt von Wolfhagen. Vermutlich aufgrund schneeglatter Fahrbahn kam ein Linienbus in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Eine 20-jährige Passantin, die sich in gleicher Höhe mit dem Bus befand, konnte nicht mehr ausweichen. Der Bus ist ins Rutschen gekommen, hat eine Passantin doschiert und einen Pkw gerammt. Die Verletzten, darunter auch ein 14-jähriger Schüler, wurden nach einer ärztlichen Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Da der Bus mit dem Vorderrad auf einem Mauervorsprung stand, musste er mit dem Kran auf die Straße gehoben werden. Auch ein größeres Straßenschild wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017